Großer Kreis von erst die Medizinstudenten, alle haben sich unterhalten über die erste Woche und dann hat mich einer gefragt, weil ich war da so völlig abseits, aber ich war halt irgendwie da mit dabei, was ich denn mache. Koch, auf einmal drehen sich alle um und so, krass Koch, erzähl mal, ist doch cool, oder? Und das ist dann schon, das ist schon cool. Also man hat eigentlich eine relativ hohe Anerkennung, auch so im Freundeskreis für was man macht. Ich bin Paul Jahn, 24 Jahre, komme aus Jena ursprünglich, seit fünf Jahren in Berlin, bin Koch im Restaurant Horvath, ein Zwei-Sterne-Restaurant in Kreuzberg und koche nebenbei noch in der Kirche Nationalmannschaft von Deutschland. Und was macht man als Koch eigentlich so den ganzen Tag? Kochen im besten Fall. Der ganze Tag ist immer ein bisschen unterschiedlich strukturiert, je nachdem wie viel vorzubereiten ist. Normalerweise fangen wir irgendwie mittags an, machen unsere Vorbereitungen. Wir haben das Kühlhaus unten, das heißt, ich packe mir eine Kiste mit den Sachen, wo ich jetzt schon weiß, ohne vielleicht auf meine Vorbereitungsliste geguckt zu haben, weil ich weiß, okay, was ich als erstes machen muss. Das ist meistens ein Hefeteig ansetzen. Das ist ein Teil unseres Brots. Dann muss man viel kommunizieren mit der Küche. Wir haben einen Ofen, irgendwie sich so ein bisschen über den Tag durchtakten. Wer braucht wann, wie lange diesen Ofen, auf welcher Temperatur? Und ich habe mir meinen eigenen Plan dann so erstellt, was ich am Tag zu tun habe. Das ist nicht jeden Tag das Gleiche. Ich muss das Eis machen. Ich muss eine Creme machen, eine Emulsion von irgendwas. Das bereite ich mir dann immer vor für ein bis zwei Tage maximal. Und es gibt Sachen, die dann erst am Abend frisch produziert werden können, weil die halt eine relativ kurze Lebensdauer haben, in Anführungsstrichen. Dann muss ich Biskuits backen. Die müssen dann richtig auskalten oder kalt werden. Das heißt, die muss ich früh machen, damit die den ganzen Tag haben, um bis abends gut zu sein. Dann irgendwann geht es ums Personalessen. 16.30 Uhr setzen wir uns alle zusammen hin und essen. Da ist dann immer einer, oft der Chef oder der Sous-Chef für verantwortlich. Was heißt verantwortlich? Jeder ist dafür verantwortlich, aber die das dann am Ende machen. Und dann geht es quasi auf die unmittelbare Vorbereitung auf den Service. Da haben wir dann nochmal eineinhalb Stunden. Da werden die Brote gebacken für den Service. Und im Service dann, ich fange an, gebe den ersten Gruß aus der Küche und dann stehe ich erstmal auch mal noch eine Stunde rum. Kann dann vielleicht für den nächsten Tag schon noch was vorbereiten. Wenn da nichts ist, dann warte ich manchmal auch tatsächlich, bis es dann mit den Disserts losgeht. Und dann fange ich an, meine Disserts anzurichten. Mach dann aller Menü Sachen heiß, wenn ich jetzt warme und kalte Komponenten irgendwie habe. Stichwort Timing. Timing ist super wichtig in der Küche. Vielleicht auch gerade im Dissert-Bereich, dass Sachen einfach, wenn die warm und kalt sind, zur gleichen Zeit optimal auf dem Teller landen und zum Gast rausgehen. Und danach setzen wir uns hin, wenn wir fertig sind, wenn wir die ganze Küche geputzt haben, setzen uns hin, machen die Bestellung für den nächsten Tag, wenn wir jetzt akut was haben. Also meistens irgendwelche Gemüsesachen. Prinzipiell bestellen wir nur einmal in der Woche am Sonntag. Und wie lange arbeitest du da ungefähr? Also von wann fängst du an? Wann hörst du auf? Also wir fangen mittags an und bis es fertig ist. Es hängt auch immer davon ab, wie lange die Gäste bleiben. Und wie ist das für dich? Super. Also weil diesen Beruf mache ich unheimlich gerne. Das ist mein Hobby auch. Also mein Hobby zum Beruf gemacht. Von daher habe ich da gar keine Probleme mit länger zu arbeiten. Wie viele Gerichte sind das denn so, die du so an einem Tag vorbereitest? Also ich bin persönlich für, ich mache die süßen Speisen bei uns. Ich bin für am Ende drei Gerichte hauptverantwortlich. Und dann ist es aber auch, dass man quasi einzelne Komponenten noch für andere Teile oder andere Gerichte, wo jemand anderes hauptverantwortlich wäre, übernimmt. Aus Zeitgründen oder vielleicht auch aus praktischen Gründen, wenn man einfach, okay, der braucht was Ähnliches, da mache ich einfach bei mir mehr mit und so weiter. Also das ist auch so ein bisschen Geben und Nehmen und gehört auch viel Kommunikation in der Küche dazu, dass einfach Wege gespart werden. Sachen, die Sinn machen, einfach zusammengezogen werden. Wer denkt sich die Gerichte aus und wie die angerichtet werden? Also das macht eigentlich unser Chef prinzipiell. In der süßen Abteilung unterstütze ich da auf jeden Fall oder gebe da meinen Senf irgendwie dazu. Hättest du da manchmal gerne ein bisschen mehr Freiheit oder gefällt dir das genauso? So ist es für mich gut, weil ich bin am Anfang, also ich habe eine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht, bin jetzt quasi im ersten Laden nach meiner Ausbildung. Also ich bin auf jeden Fall nicht in der Position, wo ich sage, okay, ich bestimme jetzt, wie das läuft. Dafür mache ich das an dieser Stelle noch nicht, sondern ich will lernen. Deswegen ist das absolut so gut, weil irgendwann ändert sich das vielleicht auch mal oder sollte sich das auch für mich ändern. Wie sah dein Ausbildungsweg denn genau aus? Also ich habe meine Ausbildung in einem großen Fünf-Sterne-Plus-Hotel begonnen, einer Luxushotellerie. Wir hatten ein Zwei-Sterne-Restaurant drin, eine Küche für alles. Also wir haben quasi aus dieser Küche dieses Gommel-Restaurant am Abend geschickt, aber tagsüber Room-Service, Bar, Bankheads und so weiter, Veranstaltungen gemacht. Und habe ich eigentlich eine ganz klassische Ausbildung gehabt, auch von den Inhalten her. Dann gehst du halt einmal im Monat für eine Woche in die Berufsschule. Dann habe ich vorher schon zwei, drei Praktika gemacht, habe währenddessen so einen Austausch, zum Beispiel in Afrika war ich. Also ich habe irgendwie so eine relativ klassische, aber sehr aufregende Ausbildung gehabt. Konnte sie auf zweieinhalb Jahre verkürzen. War Koch zu sein denn schon immer dein Traumberuf? Ja, würde ich so sagen. Also wenn ich jetzt so zurückdenke und überlege, wenn ich damals mit Schulkollegen gequatscht habe, wenn du die fragen würdest, würden die auf jeden Fall sagen, ja Paul wollte immer Koch werden. Kommt auch daher, dass meine Eltern ein Hotel, ein Restaurant in meiner Heimatstadt haben. Mein Vater ist selber Koch. Und natürlich wurde dann früher, was wird der kleine Paul mal, ja Koch natürlich so. Das wurde immer ernster. Ich habe, wie gesagt, Praktika gemacht, habe dann schon irgendwie in der neunten Klasse, wo man so seine Pflichtpraktikerin gesagt hat, ja, nee, ich mache jetzt nichts mit Kochen, weil Kochen werde ich mein ganzes Leben. Also es war eigentlich fix. Und auch schon immer so etwas mehr gehobene Küche? Na, das hat sich so entwickelt. Also ich wollte mir ein großes Hotel aussuchen mit einer sehr guten Küche, um einfach so die ganzen Facetten mit abzuholen. Es bringt nichts, nur, sage ich mal, diese Feindining, diese Hochküche zu lernen, weil du brauchst eine Basis und die ist einfach auch eine einfacheren, gut bürgerlichen Küche eher zu finden oder breiter gefächert. Das hat sich jetzt am Ende so entwickelt, weil es eher mein Ding, mich halt ein bisschen feiner, ein bisschen akribischer oder perfektionistischer mit Sachen zu beschäftigen. Ich habe früher Leistungssport gemacht und das kann ich ziemlich gut vergleichen mit dem, was ich jetzt mache. Also zumindest mit der akribischen Arbeiten und vielleicht auch dem Respekt, dem noch spezielleren Respekt den Produkten gegenüber ist einfach, wenn, sage ich mal, in so einer Hochküche viel einfacher für mich oder viel besser. Und wenn du für dich zu Hause kochst, kochst du dann auch eher sehr gehoben oder darfst dann auch mal irgendwas ganz Simples sein? Also prinzipiell koche ich auch sehr einfach dann zu Hause. Es gibt Tage, wo ich auch für Freunde dann richtig Aufwand mache und auch mal Menü zu Hause koche. Aber natürlich für mich und meine Freundin koche ich dann eher einfach, der Zeit wegen, aber natürlich auch, weiß ich nicht, ein geiles Risotto ist auch einfach top. Also da brauche ich jetzt nicht kein Pünktchen da und Schäumchen da zu Hause. Also wer braucht das? Keiner. Ich will einfach zu Hause lecker essen und Spaß daran haben. Und die einfachen Sachen sind auch immer die besten. Was muss man in deinem Job unbedingt können? Man muss teamfähig sein, man muss gut lernen können. Manche Sachen muss man einfach akzeptieren. Also das kommt dann mal ein bisschen darauf an, wie man diesen Beruf sieht, wie weit man da kommen will. Will man diesen Beruf irgendwie acht Stunden am Tag machen und dann nach Hause und dann beschäftigt sich man sich mit. Dann ist vielleicht Ehrgeiz der falsche Begriff, aber man kann diesen Beruf viel erreichen. Also gehört wie auch im Sport ein gewisser Ehrgeiz dazu. Und was wäre ein No-Go? Also wie sollte man nicht sein? Zu eingebildet ist schwierig, weil das stört auf jeden Fall das Teamgefüge in der Küche. Meistens ist man nicht nur allein. Das ist immer so ein Spruch, aber eigentlich stimmt es. Man ist das Team oder das Endprodukt ist nur so gut wie das schwächste Glied. Was nicht heißt, dass er ein schlechter Koch sein muss, aber wenn er zu überzeugt von sich ist, das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Es gibt auch Küchen, wo nur ein bis zwei Leute kochen. Aber auch dann, gerade wenn zwei Leute zusammen kochen, dann ist es umso wichtiger, dass diese Zusammenarbeit funktioniert. Auch mit dem Service. Das bringt nichts, dass du den schönsten Teller kreierst und hast keinen mehr, den rausbringt. Oder der das dann dem Gast gut verkaufen kann. Dieses Gesamtkonzept Restaurant muss als Team funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist das Beste an deinem Job? Dass es so vielfältig ist. Also der Beruf hat von allem was. Also es ist ein Handwerk. Es ist eine harte körperliche Arbeit am Ende. Was ich sehr gut finde, also was ich gut finde, dass ich mache was mit meinen Händen. Ich erschaffe was. Es ist super kreativ. Es macht Menschen glücklich. Und das ist auch eigentlich der wichtigste Punkt. Man begeistert Leute für etwas, was man selber geschaffen hat. Man sieht, was man macht den ganzen Tag. Also wenn ich früh anfange, meinen Mise en Place oder meine Vorbereitung zu machen für den Abend und am Ende des Tages den fertigen Teller sehe, das ist halt die Bestätigung. Okay, jetzt habe ich den ganzen Tag, ich habe was gemacht. Und jetzt mal ganz unter uns. Wie viel verdient man als Koch denn eigentlich so? Das ist immer so die Endgegnerfrage. Sicherlich in vielen Punkten würde man sagen zu wenig, was vielleicht auch stimmt. Allerdings gehe ich auf jeden Fall nicht mit diesem Grundsatz d'accord, dass man pauschal sagt, als Koch verdient man wenig. Weil du kannst, wenn du das möchtest, kannst du aus diesem Beruf auch super viel rausholen. Also du kannst, wenn du als Koch in einer Führungsposition in Dubai in so einem 5-7 Sterne-Hotel arbeitest, du verdienst dich auch dumm und dämlich so gesehen. Oder in allgemeinen großen Hotellerien da als Küchendirektor zu arbeiten. Ich kann von mir persönlich sagen, also der Grundgehalt ist sicherlich auch krass, aber bei uns hilft das Trinkgeld ziemlich viel. Ich kriege 1.400 Euro netto raus und habe aber in der Woche nochmal auf jeden Fall einen dreistelligen Betrag Trinkgeld raus. Findest du das fair, wie viel du zum Beispiel verdienst? Ich finde es für mich jetzt momentan total in Ordnung. Auch vor allem wegen des Trinkgelds, dass er einfach bei uns ganz gut ist. Aber ansonsten, ja, da muss ich prinzipiell noch vieles tun, also dass sich das vielleicht auch bessert. Es fängt nicht nur vielleicht bei den Chefs an, die dann vielleicht auch manchmal gar nicht, bei den Restaurants selbst, die dann gar nicht so die große Chance haben, da was zu drehen, weil die Personalkosten sind auch mit die höchsten. Aber es fängt auch beim Gast an. Also die Gäste müssen auch akzeptieren, wenn halt dann vielleicht das Bier nicht mehr 3,50, sondern 4 Euro kostet, wenn das Schnitzel nicht mehr 15, sondern vielleicht 20 Euro kostet. Das muss so sein und da muss der Gast auch lernen. Meinst du, du bist durch deinen Beruf auch gewillt, wenn du selbst essen gehst, mehr auszugeben? Absolut. Ich übergebe im Endeffekt mein ganzes Geld, was ich so, was andere für Konzertbesuche oder teure Hobbys ausgeben, stecke ich halt in Essen oder in Essen gehen, weil es für mich eine Weiterbildung auch ist. Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre, suche ich mir meistens immer in der Region irgendwie eins der besten Restaurants raus zum Essen. Das kostet dann auch ein bisschen was, aber ich lerne halt auch was und mir tut es gut einfach. Wie reagieren Leute darauf, wenn du ihnen erzählst, dass du Koch bist? Eigentlich durchweg positiv. Vor allem, so sage ich mal, die älteren Generationen, die finden das immer super, weil ja, endlich mal so Handwerk und so, also dass das wieder zurückkommt, weil natürlich vielen vermittelt wird, okay, du musst studieren. Und da fällt das manchmal so ein bisschen aus der Reihe, was dann wieder exotisch oder cool ist, auch wenn es eigentlich gar nicht exotisch ist, sondern völlig normal. Es gibt eine Story, da war ich im großen Kreis von erst die Medizinstudenten, alle haben sich unterhalten über die erste Woche und dann hat mich einer gefragt, weil ich war da so völlig abseits, aber ich war halt irgendwie da mit dabei, okay, was ich denn mache, Koch, auf einmal drehen sich alle um und so, ah krass, Koch, erzähl mal, ist doch cool, oder? Und ja, und das ist dann schon, das ist schon cool, muss ich sagen. Also man hat eigentlich eine relativ hohe Anerkennung, auch so im Freundeskreis für was man macht. Aber du musst wahrscheinlich immer für alle kochen, oder? Ja, aber das mache ich gern tatsächlich. Also das biete ich auch offensiv an. Was ist besonders schlimm oder anstrengend oder auch belastend an deinem Job? Zum Beispiel, wenn du dich mit Sachen begnügen musst, die du nicht mehr ändern kannst. Also du kriegst Produkte von einem Lieferanten, die eigentlich immer gut sind und dann sind sie nicht gut und du hast jetzt eigentlich keine Alternative für diesen Tag, was anderes zu bekommen. Auch wenn du da noch versuchst, das Beste rauszuholen, ist es halt nicht zufriedenstellend auf jeden Fall. Ja, was ich vorhin schon sagte, belastend, wenn das Team mal nicht funktioniert oder wenn einfach eine schlechte Grundstimmung ist. Was sind denn die gängigsten Vorurteile oder Klischees über deinen Beruf? Da gibt es, glaube ich, einige tatsächlich. Die tätowierten Arme und den Vollbart, die jetzt so ein bisschen in der modernen Zeit sind. Dann der raue Ton, also raue Ton, lange Arbeitszeiten, auch, weiß ich nicht, Alkoholkonsum an der einen oder anderen Stelle. Welche von diesen Klischees meinst du denn stimmen und welche überhaupt nicht? Kann man allgemein das meiste nicht pauschal beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass so die großen, also die Zeiten vorbei sind, wo rumgeschrien wird, dass Sachen durch die Luft fliegen und das funktioniert eigentlich ohne mittlerweile. Aus Filmen kennt man ja ganz oft, dass es in der Küche so richtig hektisch ist und irgendwer ruft irgendwas und Sachen müssen ganz schnell vorbereitet werden. Ist das auch so, wie es dann wirklich ist? Wenn es schlecht läuft, ist es so, sollte aber nicht so sein. Bei uns können die Gäste teilweise in die Küche reingucken und dann fragen sie manchmal, oh, ihr seht so ruhig aus den ganzen Tag. Das ist sicherlich nicht die Regel. Also gerade wenn man eine große Küche hat, wenn man eine relativ kleine Küche, da ist es auch schlecht, wenn da viel Hektik wäre. Wenn du eine große Küche hast, wo du eine größere Distanz hast, um alles zu einem Ort zu bringen, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen lauter kommunizieren. Aber Hektik ist immer schlecht. Am besten ist es, du hast alles perfekt vorbereitet und es ist Ruhe.